Ja, hier ist der Tor! Ich hab den Kumpelöffel! Jetzt kommt alle Herren, Mann! Ja, am Ende bist du dabei? Ich ja. Du hilfst ein bisschen. Ich tue ein bisschen. Du musst erklären, was es geht. Die hat nicht noch was zu tun. Soppelöffel. Fahnenflicker! Seh ich nicht, der Schlampel! Nein! Das war früher ein Beruf, der ist von Haus zu Haus gegangen und hat den Hausfrauen die Pfannen repariert und so diverse Sachen, was man im Haushalt braucht, hat er gelötet und verzinkt und die Frauen vermönt und so weiter. Da gibt's ein schönes Lied, das heißt der Pfannenflicker. Und Wer sein Hand der gut versteht, der leidet keine Not und wer das Pfannenflicker kennt, der ihm sein Blut blut. Der Pfannenflicker Das war's. Der Mutterlein, das ist der Finger groß, so wütend sei. Sie fragte ihm ein Töpfelein, das war so gut wie groß. War in den Tag ein Töpfelein, so groß wie einen Nuss. Ein wahren Töpfelein, das war so gut wie groß. War in den Tag ein Töpfelein, das war so gut wie groß. War in den Tag ein Töpfelein, das war so gut wie groß. War in den Tag ein Töpfelein, das war so gut wie groß. War in den Tag ein Töpfelein, das war so gut wie groß. Und als die Arbeit fertig war, das Loppe zugekriegt, da hat sie ihn mit Zitterstück in die Hand getriegt. Der Mutterlein, das war so gut wie groß. War in den Tag ein Töpfelein, das war so gut wie groß. Der Mutterlein, das war so gut wie groß. War in den Tag ein Töpfelein, das war so gut wie groß. War in den Tag ein Töpfelein, das war so gut wie groß. Vielen Dank.